Hallo und herzlich willkommen zu den iFreak News, Ausgabe 85, Kalenderwoche 36. Schön seid ihr wieder dabei. Ja, heute müssen wir über den Griff zu den Sternen sprechen. Konkret müssen wir über Satellitenkommunikation sprechen. Und das ist eigentlich das Thema, was mich jetzt im Moment gerade so umtreibt. Vor dem Apple-Event, hat natürlich mit dem Apple-Event zu tun, aber auch mit Elon Musk. Elon Musk hat da nämlich ganz spannende News verkündet letzte Woche. Und wir müssen die beiden möglichen Konzepte von Apple und von Elon Musk mal so ein bisschen gegenüberstellen. Und genau das wollen wir hier in den iFreak News tun. Und wer jetzt denkt, Moment mal JC, iFreak News, die News der Woche, da war doch was. Berlin, IFA, warum erzählst du nichts über die IFA? Stimmt, die lasse ich komplett aus. Die ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich hatte schlicht und ergreifend keine Zeit und aber auch keine Lust. Muss euch aber nicht stören. Ich habe da unten einen Link und zwar von Lorenz Keller. Seit Donnerstag beschreibt er jedes Kabel, jeden Staubsauger und jedes neue Gadget in Berlin. Der hat das alles vor die Kamera gezerrt auf seiner Webseite daskanwas.ch. Da unten ist der Link. Also wenn ihr über die IFA informiert werden wollt, dann sind die iFreak News für einmal nichts für euch. Sondern dann schaut ihr am besten bei Lorenz vorbei. So, fangen wir an, um über Satelliten zu sprechen. Satellitenkommunikation, das ist ja das heiße Thema im Moment. Vor allem darum, weil man davon ausgeht, dass Apple am Mittwochabend am Apple-Event das neue iPhone 14 Pro vorstellen wird. Und dieses iPhone 14 Pro soll wohl in irgendeiner Art und Weise via Satellit kommunizieren können. Und dann ist es so, dass letzte Woche aber auch noch Elon Musk mit dem T-Mobile-Chef zusammengesessen ist. Und die haben eine Neuigkeit rausgehauen, dass Elon Musk plant über Starlink, sein Satelliten-Internet-Kommunikationsunternehmen, wo man ja Internet per Satellit jetzt schon bestellen kann. Der möchte da in Zukunft 5G-Kommunikation drüber machen können. Also quasi, dass du mit deinem ganz normalen Handy über 5G kommunizieren kannst, wenn du eben sonst keinen Empfang hast. Und diese zwei Konzepte, beziehungsweise diese zwei Ideen, die wollen wir mal so ein bisschen anschauen. Und ich schlage vor, ich erkläre euch zuerst mal, was so die letzten Gerüchte sind rund um Apple. Was man erwartet, was Apple ins iPhone einbauen wird. Und dann schauen wir an, was Elon Musk angekündigt hat. Und dann vergleichen wir so ein bisschen und überlegen uns ein bisschen, wer wohl zuerst auf dem Markt sein wird. So, also Apple, man geht davon aus, dass das iPhone 14 Pro, weil ja, das wäre sicher ein Pro-Feature, das iPhone 14 Pro wird in irgendeiner Form über Satellit kommunizieren können. Die Frage, die im Moment noch im Raum steht, ist natürlich, ist das nur für den Notfall? Also wenn ich irgendwo in den Bergen rumkraxle, irgendwo auf einer Insel sitze und überhaupt keinen Empfang mehr habe, dann kann ich quasi über Satellit Hilfe rufen, meinen Standort senden zum Beispiel. Oder geht es weiter? Geht es dahingehend, dass wir zum Beispiel iMessage over Satellit bekommen? Vielleicht kostenpflichtig? Für 5 Dollar pro Monat? Irgend so was? Also, dass wir quasi die iMessage, also der Messenger-Dienst von Apple, dass der mit den neuen iPhones dann über Satellit funktionieren könnte. Also sprich, dann immer funktioniert, egal wo du bist. Das ist so eine Idee. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, vielleicht ist das ein neuer Service, der da gestartet wird. Wir alle wissen, Apple hat in den letzten Jahren die eigene Service-Sparte ja massiv ausgebaut. Da gibt es immer mehr Dienste, für die man monatlich bezahlen kann, die dann irgendeinen Mehrwert bieten. Und das könnte auch einer davon sein, also irgendeine Form der Satellitenkommunikation als Mehrwert quasi. Und ja, da gibt es ganz verrückte Gerüchte. Apple soll ein Deal mit Global Star haben, dem Satellitenanbieter. Sie sollen 13, je nach Quelle schon 17 Satelliten gekauft haben, die dann quasi für Apple zur Verfügung stehen würden. Ich kann nicht abschätzen, ob man mit 13 oder 17 Satelliten was anfangen kann. Sicher besser als nur einer, aber keine Ahnung, wie weit das geht. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, Apple ist ja ein Meister drin, auch zum Beispiel Hardware zu verbauen und dann zu warten, bis sie so in der Breite verfügbar ist und dann erst einen Dienst zu starten. Also es könnte natürlich durchaus auch sein, dass wir einfach das iPhone 14 Pro bekommen, dass dort eine Form von Satellitentechnik eingebaut ist, wir aber rundherum noch gar nicht mehr erfahren. So hat es Apple zum Beispiel mit dem UWB-Chip, dem Ultra-Wideband-Chip in den iPhones gemacht. Da waren zwei Jahre lang diese Chips im iPhone und niemand wusste so recht, was man damit anfangen kann. Und dann kamen die AirTags raus und die AirTags, die kannst du ja, wenn du diesen UWB-Chip, also wenn du ein moderneres iPhone hast, kannst du die halt sehr genau ordnen. Da kannst du wirklich rumgehen und da sagt er, ah ja, da hinten, da ist es irgendwo vom Sofa gefallen oder so. Also das ist auch typisch Apple, dass sie manchmal Dinge einbauen und dann einfach warten, bis sie genug Geräte mit dieser Technik verkauft haben, um dann so einen Dienst zu starten. Wir wissen es letztendlich nicht. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass ja Apple in der Einladung, da geht es ja genau auch darum, das geht ja um weit weg. Und wenn man zum Beispiel Apple Event, den Hashtag bei Twitter anschaut, dann sieht man ja da auch die Sterne. Also es handelt ja alles um die Sterne so ein bisschen. Also von dem her gesehen, denke ich schon, wir werden am Mittwoch erfahren, was Apple damit vorhat. Vielleicht noch nicht, wo Apple am Schluss damit dann hin will. Aber letztendlich wird es ziemlich sicher, das wird ein Thema sein, diese Kommunikation über Satellit. Und das ist halt extrem spannend, weil es letztendlich zwar nichts Brandneues ist. Seit den 90er Jahren gibt es Satellitenkommunikation, also als Telefon quasi. Motorola hatte ja das damals mal aufgebaut. Aber das würde natürlich heißen, dass es jetzt quasi so in der breiten Masse ankommt. Und Elon Musk hat genau was Ähnliches vor. Elon Musk geht sogar noch weiter. Der sagt, Starlink, eben seine Satellitenfirma, die ja dieses weltweite Satelliten-Internet-Angebot im Moment hat, wo man ja auf Starlink kann man ja quasi, kriegst du so eine Kiste, also so eine Satellitenschüssel, die sich dann selber ausrichtet, routet dazu. Und dann kannst du eigentlich irgendwo in der Pampa, egal wo du bist, hast du schnelles Internet. Finde ich hoch faszinierend, finde das super spannend. Ist natürlich bei uns in der Schweiz, wo wir praktisch auf jedem Berg 5G haben und auch sonst überall mega gut erschlossen sind, jetzt vielleicht nicht gleich spannend wie in anderen Ländern, wo es wirklich riesige weiße Flecken gibt, wenn es um die Internetverbindung und die Breitbandversorgung geht. Trotzdem muss ich sagen, Starlink fasziniert mich sehr. Ich grüble schon länger dran rum, ob ich mir nicht mal so ein Kit bestellen soll. Einfach mal ausprobieren. Klar, ich habe hier eine mega schnelle Leitung. Aber hey, warum nicht mal probieren, ein paar Wochen ausschließlich über Satellit zu kommunizieren? Warum nicht mal den Anschluss vom Kitty umstellen, dass der das Gaming über Satellit macht, zum Gucken, ob das überhaupt funktioniert? Also wenn euch das interessieren würde, dann schreibt mir doch in die Kommentare, das würde mich vielleicht motivieren, mal so ein Kit zu bestellen. Auch wenn ich es eigentlich ja nicht brauche. Aber ich finde es total faszinierend. Also wenn ihr da was darüber wissen wollt, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Könnt auch schreiben, hey, das haben schon genug von den tollen deutschen YouTubern mit riesen Reichweite. Haben das ja schon alle getestet. Musst du nicht auch noch kommen? Könnt ihr natürlich auch sagen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, das einfach mal auszuprobieren. Nichtsdestotrotz, also bei Starlink, die Pläne, die Elon Musk da letzte Woche verkündet hat, natürlich gutes Timing kurz vor dem Apple-Event, logisch, waren die, man möchte 5G-Funktionalität via Starlink anbieten. Also das heißt nicht irgend so etwas Proprietäres, Satellitenmäßiges, sondern 5G. Das heißt, mit jedem normalen Handy, egal ob iPhone oder Android-Smartphone, könntest du dann quasi eine 5G-Verbindung zu den Starlink-Satelliten aufbauen. Und er hat dazu mit T-Mobile USA, hat er sich zusammengesetzt, die haben das quasi beide vorgeschlagen, also beide präsentiert. Link fürs Gespräch, wenn es euch interessiert, und noch für den Beitrag von The Verge ist da unten. Und da wird es halt darum gehen, dort, wo du eben keine Coverage hast von T-Mobile, hast du dann quasi eine Verbindung über den Satelliten von Starlink mit 5G. Und das ist natürlich super spannend, weil du keine speziellen Geräte brauchst. Du brauchst dann eben nicht ein iPhone 14 Pro, das diesen Satellitenchip drin hat, sondern es würde dann eigentlich jedes 5G-fähige Smartphone funktionieren. So, Nachteil, wollen wir gleich auch dazu kommen bei Starlink, beziehungsweise bei Elon Musk, das eine ist immer der Zeitplan. Wenn er sagt, nächstes Jahr hat er vor, das zu starten, dann könnt ihr das locker mal 3 mal 4 rechnen. Ganz einfach drum, das braucht die zweite Generation seiner Satelliten. Und die bisherigen Satelliten, die sind ungefähr so groß wie im Kühlschrank. Und von denen hat er aktuell ungefähr 2.500 im Orbit. Er hat eine Bewilligung bis Ende 27 12.000 davon, um die Erde ballern zu können. Und er hat schon eine Anfrage für eine Bewilligung von 30.000 gestellt. Also nur mal, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, um wie viele Satelliten es hier eigentlich geht. Also, die jetzigen Satelliten von Starlink sind so groß wie im Kühlschrank. Diese zweite Generation, die eben dann 5G können soll, die sind dann ungefähr so groß wie im Kleinwagen. Und das heißt natürlich, ein massiver Unterschied, die sind auch viel schwerer. Und die können mit der bestehenden Falken- oder Falken-Heavy-Rakete gar nicht hochgeballert werden. Also, eine oder zwei schon. Aber so wie sie es ja im Moment machen, ist so, sie schießen die Rakete hoch von SpaceX, seiner eigenen Firma. Das ist natürlich praktisch, wenn alles unter einem Dach quasi ist. Und dann setzen sie gleich 40, 50 oder 60 Satelliten aufs Mal im Orbit aus. Das ist die einzige Chance, damit man das einigermaßen kosteneffektiv auch machen kann. Und jetzt mit diesen neuen Satelliten, die sie im Moment gerade am zusammenschrauben sind, hier auf der Erde, also die zweite Generation, die sind eben viel, viel größer. Das heißt, da könnte er das mit den bestehenden Raketen gar nicht machen. Und er hat eine Rakete, die das könnte, nämlich die Starship-Rakete. Das ist die, mit der er dann irgendwann mal Menschen zum Mars befördern will. Diese silbrige, habt ihr sicher auch schon gesehen. Problem dabei ist, die ist noch nie richtig geflogen. Die hat schon ein paar Hüpfer gemacht, aber die ist noch nie irgendwie um die Erde rum geflogen. Also, die Herausforderungen, um 5G aus dem All auf die Erde zu bringen, sind recht groß. Ich sage es mal so. Und man darf sicher davon ausgehen, dass das nicht nächstes Jahr starten wird. Aber nichtsdestotrotz, die Idee dahinter ist natürlich super, super spannend. Was auch noch dazu kommt, by the way, ist natürlich, dass er hat das jetzt mit T-Mobile mal angekündigt zusammen, weil in jedem Handy habt ihr ja eine SIM-Karte, egal ob eine eSIM oder eine physische oder das kleine Kärtli. Und da drauf steht ja, über welches Netz euer Handy kommuniziert. Und wenn dieses Netz nicht verfügbar ist, ist auf der SIM-Karte auch gespeichert, ja mit welchen anderen Netzen, dass man denn überhaupt Roaming machen darf. Und das ist natürlich genau der Punkt. Also, der Elon Musk kann nicht einfach hingehen und quasi von oben global die ganze Welt mit 5G bestrahlen. Die Strahlenphobiker werden dann auch ein Problem kriegen, habe ich das Gefühl. Aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern er muss ja letztendlich wahrscheinlich Verträge abschließen mit den Telcos dieser Welt. Also, mit T-Mobile, mit O2, mit Verizon, mit AT&T und wie sie alle heißen auf der Welt. Über 200 gibt es ja da. Damit die quasi mit ihm zusammenarbeiten und dort eben, wo sie zum Beispiel kein eigenes Netz haben, dann zum Beispiel seinen Dienst nutzen könnten. Also, da sind noch ganz, ganz viele Hürden. Auch geht es bei der Geschwindigkeit. Auch noch wichtig zu wissen, er spricht von 2 bis 4 Megabit pro Sekunden. Das ist jetzt nicht mega spannend. Das ist nicht vergleichbar mit 4G, mit 5G oder so. Wäre dann wirklich mehr für Textnachrichten, vielleicht den Standort zu teilen, solche Geschichten. Also, da geht es nicht darum, dass ich irgendwo einfach mit dem ganz normalen 5G-Handy quasi eine geile 5G-Connection in der Wüste aufbauen kann. Das können die Satelliten nicht. Das funktioniert so nicht. Also, das Ganze ist tatsächlich eher so notfallmäßig einfach weiße Flecken füllen für die nötigsten Dienste, aber nicht davon ausgehen, dass es gleich gut funktioniert wie dort, wo du eben die Coverage von deinem 5G-Telekom-Provider hast. So. Er wurde natürlich dann auch gleich gefragt, ob das dann nicht in Tesla auch eingebaut werden könnte. Er hat dann geschrieben Yes. Also, er will das offensichtlich auch beim Tesla einbauen. Also, wenn du mit dem Tesla so in der Pampa draußen rumfährst, dass du gar keinen Empfang mehr hast. Die haben ja alle, wie mein Auto ja auch, haben ja heute auch alle eSIMs drin und eine Mobilfunkverbindung, eine ständige. Dann könntest du quasi auch das über diesen Starlink-Dienst machen. So. Also, wir haben jetzt eigentlich diese beiden Konzepte. Auf der einen Seite Apple, wo man davon ausgeht, die bauen ein iPhone mit einer eigenen Technik drin, die dann mit einem Satelliten-Provider, den sich Apple da gesucht hat als Partner, zusammen gewisse Kommunikationsdienstleistungen machen kann. Und wir haben auf der anderen Seite Elon Musk, der hingehen will und sagen will, ach, Pustekuchen, wir machen da nichts Proprietäres. Wir ballern einfach 5G von oben runter. Und es ist beides irgendwo durch völlig verrückt, wenn wir ehrlich sind. Also, ich finde das beides völlig crazy. Auch die Idee, dass so ein iPhone 14 Pro vielleicht eben wirklich autark eine iMessage verschicken kann oder einen Notruf absetzen kann irgendwo, völlig egal, wo du bist, weil eben da ein Link zum Satellit besteht, finde ich super spannend. Das andere aber von Elon Musk natürlich auch. Könnte für die breite Masse unter Umständen spannender werden, wenn er es wirklich schafft, mit vielen wichtigen Providern zusammenzuarbeiten, die dann deinem Handy quasi die Möglichkeit geben, so eine Art Roaming zu machen. Wir wissen noch überhaupt nichts über Preise, weder von Apple. Klar, Apple hat ja offiziell noch nichts angekündigt. Also, wir haben noch keine Ahnung, was wird das kosten? Wird das einfach so ein Zusatz sein, der dabei ist, aber wirklich nur für einen Notfall? Wird es ein eigener Dienst sein, der monatlich kostet? Was kostet so ein Roaming, wenn sich mein Handy dann plötzlich irgendwie bei Elon Musk einwählt, statt hier bei mir bei Swisscom? Also, das ist alles noch völlige Zukunftsmusik. Aber es zeigt halt, Satellitenkommunikation ist im Moment gerade daran, so ein bisschen in die Masse breiter zu werden. Also, bei normalen Handys anzukommen, sei es bei einem iPhone, wo halt was eingebaut ist, oder eben unter Umständen in Zukunft, dann mal mit der Möglichkeit, 5G via Satellit zu machen. Ich meine, ich frage mich auch, wie das funktionieren soll. Kann ja nicht sein, dass der Elon Musk dann quasi die bestehenden 5G-Netze von oben stört oder so. Also, da muss man ja auch irgendwie gucken, wo genau funktioniert das? Wie geht das? Bei Starlink ist es im Moment ja auch beim Internet so. Also, ihr könnt nicht auf der ganzen Welt hingehen, sondern Starlink schaltet quasi immer Regionen frei, die dann möglich sind. Also, Schweiz, Europa ist inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger abgedeckt. Aber zum Beispiel am Anfang vom Ukraine-Krieg war es so, bevor der Krieg losging, konntest du Starlink in der Ukraine nicht nutzen. Das war quasi deaktiviert. Und er hat es ja dann aktiviert, kam ja auch in den Medien. Die haben dann Internet quasi über Starlink zur Verfügung gestellt. Vielleicht kann er so etwas Ähnliches machen, dass er quasi wirklich nur die Spots dann aussucht, wo wirklich kein Internet oder kein 5G vorhanden ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, im Moment auch noch nicht bekannt. Aber ja, es zeigt halt letztendlich, dass zwei ganz große Firmen, Apple sowieso ein Weltkonzern, aber letztendlich auch Elon Musk mit seinen vielen Firmen, davor hat die Satellitenkommunikation so ein bisschen zu, ich sage es mal, zu demokratisieren vielleicht oder einfach so ein bisschen in die Masse zu bringen. Die Frage, die auch schon aufkam, wenn Elon Musk letzte Woche das vorstellt, könnte es denn nicht sein, dass Apple diese Woche jetzt quasi eben eine Kooperation bekannt gibt mit Elon Musk? Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nicht nur, weil Elon Musk und Tim Cook ziemlich unterschiedliche Typen sind, sondern vor allem, weil ja Apple, wenn sie eines hassen, sind es Kooperationen. Apple versucht ja immer eigentlich, alles selber zu machen, alles möglichst allein zu machen. Sie entwickeln ihre eigenen 5G-Chips, irgendwann können sie dann endlich Qualcomm rausschmeißen. Sie haben ihre eigenen Chips sowieso angefangen zu entwickeln. Also Apple versucht immer, alles bei sich zu behalten, um die Wertschöpfungskette natürlich möglichst optimal von Anfang bis Ende kontrollieren zu können. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple da irgendeinen Deal machen würde mit Elon Musk. Zumal, ihr habt es ja jetzt gesehen, so wie ich es ein bisschen erklärt habe, das Prinzip von Elon Musk ist ganz ein anderes, als die Idee, die man Apple nachsagt, was sie vorstellen können. Wir wissen es nicht. Klar ist aber, am Mittwochabend werden wir etwas dazu erfahren. Wie viel wir erfahren werden, weiß ich auch noch nicht, aber wir werden das iPhone 14 Pro sehen. Ich werde vor Ort sein in Kalifornien. Ich werde mir das ganz genau anschauen und mal gucken, ob man dem irgendwas ansieht und welche Informationen da von Apple dann schon bekannt gegeben werden. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob das für euch ein Thema wäre, ob ihr diese ganze Satelliten, Internet, Kommunikationsgeschichte, ob ihr die spannend findet oder ob ihr sagt, hey, völlig verrückt, die haben ja hier Mobilfunknetze. Brauche ich nicht, kostet sich ja nur viel. Würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir das doch hier unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns bald schon wieder. Ich werde sicher berichten von dort. Schaut auch unbedingt auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Da werde ich ziemlich viel live twittern die ganze Zeit natürlich, wenn ich dort bin. So ein bisschen behind the scenes und ein bisschen Eindrücke. Ich werde aber auch wahrscheinlich auch das ein oder andere YouTube-Video machen, ganz klar. Und dann hören wir uns definitiv schon bald wieder beziehungsweise sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, passt auf euch aus, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.